So und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Menschen 3 Im letzten Fall haben wir den Schlüssel von dieser Maus gemüggelt Oder besser gesagt zurückerobert Und ich habe gesehen, dass hier noch so ein Raum versteckt ist Ich habe keine Ahnung, was hier ist Deswegen schauen wir uns das jetzt mal ganz kurz an Geld, Edelstein, Geld Nur Geld Ja gut Vielleicht ist hier sonst noch was Also hier ist wahrscheinlich nur Geld drin, aber warte mal Sehr verdächtig Ja, ja, ich wollte gerade sagen Das Ganze ist mir sehr, sehr verdächtig vorgekommen Vielleicht ist ja hier was drin, was wir gebrauchen können Vielleicht sogar was richtiges Zack Ein Edelstein Ein Geldgeist Okay, komm, ich habe ihn am Haken Bleib hier Boah Und zack Ey, die Kackfische Die lenken auch ganz schön ab Ja, ich habe ihn am Haken Weil es hier so ein enger Raum ist Es ist auch ganz Löd so was Ja, 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 ja Und eingesaugt Okay, also war das wieder nur ein Geldgeist Schade Ich habe mit einem Edelstein gerechnet, aber wir schauen uns erstmal hier weiter, wo wir den Schlüssel verwenden. Und was ist denn hier los? Was geht hier ab? Okay, warte mal, man kann das drehen. Geld. Okay, ich wollte gerade sagen, im Spiegel hat man es schon gesehen, dass da eine Tür ist. Man muss erst den Kack hier wegziehen. Komme ich so einfach hier hin? Was ist denn hier los? Lol. Geld, 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 Geld. Ja, nur Geld. Okay, heute kriegen wir sehr, sehr viel Geld wieder. Finde ich auch gut. Und das andere ist, was ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt, dass kein 3D-Land mehr kommt. Da ich jetzt erstmal endlich dieses Let's Play hier beenden möchte. Denn ich habe erstens einfach Bock, das Game hier zu spielen. Und zweitens, dann hätten wir mal eine Sache fertig. Wieso sieht das hier so korrupt aus? The fuck? Lol. Das habe ich nicht mehr gecheckt erst. Ich habe schon gedacht, dass es so komisch aussieht, aber was ist, was da aber genau abging? Ich kann einfach da nach hinten. Okay, aber welche Tür gehen wir denn? Hier ist eine Sackgasse. Vielleicht sollten wir erstmal hier reingehen. Was ist denn das hier? Eine Druckplatte. Mit einer Kiste. Wieder eine Kiste. Aber wieder nur Geld. Gib mir doch mal was anderes wie Geld. Aber ich sage ja auch nicht nein. Apropos nein. Wait. Nein. Ritchi. Hier ist ein Gemälde. Das hat man gerade so im Spiegel gesehen. Und hier ist aber ein Edelstein. Na endlich mal wieder einer. Jetzt wird uns nur noch ein einziger. Das finde ich toll. Zack. Leben. Ich glaube sonst ist hier auch wirklich nichts. Dann gehen wir doch jetzt unten bei der Tür weiter, die wir freigelegt haben. Wo sind wir denn hier? Was soll die Scheiße? Lol. Okay. Damit kann ich aber leider nichts machen, ne? Kann gut sein. Aber wieder was zum Drehen. Wieder Geld wahrscheinlich. Naja. Okay, was machen die denn da? Okay, aus welchem Grund soll ich mich in den Hut setzen? Seht ihr mich da nicht? Aua. Laser hinweg. Saugen. Richtig. Aber warte mal. Was machen denn die Statuen da? Das verstehe ich denn auch nicht. Was ist denn der Zweck? Würden die mich eh nicht sehen. Was bringt mir der Hut dann? Hm. Hm. Verdächtigt. Kann ich das Teil aber mitnehmen in eine andere Tür? Nein. Okay, aber das ist irgendwie verdächtigt, dass da irgendwie gar nichts abgeht. Und das hier sieht auch komisch aus. Sehr komisch sogar. Hm. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Die habe ich schon gesehen. Aber was ist denn hier in dem Raum noch? Irgendwie kommen mir die letzten paar Räume so komisch vor. So, du, Bios. Ja, ja. Habe ich schon gesehen im Spiegel. Aber ich glaube nicht, dass es schon wieder einen Edelstein für die gleiche Sache gibt. Ich glaube, das ist nur Geld. Ja. Gut. Dann denke ich auch, dass das alles hier war, ne? Vielleicht sehe ich sonst nichts mehr. Guck mal, ein paar Euro. Die nehmen wir auch noch mit. Hier hinter ist nichts. Ja gut, dann lass mal hier in den nächsten Raum gehen. Viele Räume sind ja nicht mehr übrig. Ah, hier sind die dummen Affen. Was sind denn das für ein Spinner? Hey, die haben einen Hut gemüggelt. So, was machen die für eine Scheiße? Die haben die Türen enchanted. Ah, ja. Jetzt schauen wir uns erst mal hier um. Hier könnte ja wieder was sein. Sieht nämlich auch verdächtig aus. Aber ich glaube, wieder nur Geld, ne? Nur Geld. Nur Geld, Geld, Geld. Hier scheint es wohl sonst nichts mehr zu sein, oder? Na dann. What the hell? Ah, dadurch haben sie das enchanted. Ach so. Ja gut, okay. Man kommt anscheinend jetzt in random Räume. Oh, 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 oh. Ja. Come on. Ja, leider nur einen. Und zack. So, wir nehmen gleich den nächsten an den Haken. Und gleich den nächsten hier noch. Live stehen. Zack. So. Wo ist der letzte Edelstein? Weil wenn wir jetzt alle Räume schon gesehen haben. Dann kann er wenn nur in einem Raum sein. in dem wir bereits waren. Die Frage, die sich natürlich stellt. Was ist das hier genau? Ja, okay. Den haben wir schon. Ja. Gut, aber wenn jeder Raum jetzt random ist, wird es ja sehr glanzwürftig. Wo war der hier? Was ist denn das für ein hässlicher? So, dich hab ich. Bleib hier. Wo ist dein Freund? Da. Hallo. Nee, da ist er drüben, da drüben, da drüben ins Waschbecken. Bleib hier stehen, du. Du hässlicher. Oh, sag du. Was bist du über eine hässliche gelbe Grütze? Verpiss dich. Okay. Okay, aber jetzt gehen wir nochmal in alle Räume. Das heißt, jetzt müssen wir mal Ausschau halten, ob wir vielleicht irgendeinen Raum finden, der anders ist oder so. So, dich. Hä? Ich drück noch dagegen. Ich werd noch dagegen gedrückt. So, jetzt habt ihr genug gespielt. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, bleib hier, bleib hier. Fuck. Bleib hier. Tschüss. Okay, warum wird gezeigt, dass ich hier reingehen soll? Aber hier ist doch gar nichts. Oder die Säge hier hat sich ja resettet. Vielleicht ist da jetzt was drin. Anscheinend nicht. Nö. Ja, was sollte denn hier sein? Hier ist doch gar nichts. Und wenn schon? Ach, vielleicht fehlt ja was. Danach hab ich noch gar nicht geguckt. Ja, den haben wir ja schon. Hm, ich bin jetzt ganz ziemlich überfragt, dass ich hier machen soll. Warum auch immer hier ein Ausrufezeichen ist. Was ist denn hier? Ist noch Geld? Aber hier ist doch gar nichts. Hm. Okay, komm, wir gehen mal weiter, weil ich weiß echt nicht, hier ist nichts. Hm. Okay, das waren die die Wirbel, die die anderen genommen haben, um zu spielen. Hier ist ja was. Au. So. Ein von euch asozialen. Ey, wie viele Seiten hier. Ay, 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 ay. Was seid denn hier für Arschlöcher? Bleib jetzt. Ihr schnün! So, dann haben wir hier den nächsten am Haken. Nein. Kann man irgendwie ausweichen? Wenn ja, habe ich es vergessen. Oh, ich habe zwei. Ich habe zwei. Ach man, der andere wirft eine Banane nach mir, der Arsch. Jetzt bleibt mal hier jetzt. Ihr nervt. Die Gegner nerven. Die sind so heiße, die Gegner. So, und du kommst auch noch her, du blödes Arschgesicht. Du gehst mir die ganze Zeit auf den Pimmel, du. Bis dich. Tschüss. Kann ich das so? Was bringt das? Nichts. Okay. Aber hier kann ich in die Tür und ich kann auch hier in die Tür. Hm. Sind einfach in jedem Raum Gegner oder was? Geht hier ab? Ja, natürlich. Verkäufer oder was? Bist du für ein Arsch. Alle Stoff... Stoffhäfstchen eingesaugt. Lol. Einfach ein Achievement. Geil. Okay, damit sollten wir doch hier mal aufgeräumt haben, oder? Nein, da kommen noch mehr. Okay, jetzt ist mir zu viele Gegner. What? Alt Stopp. Eingesaugt. Okay, gut. Auch noch den hier. Und hier noch der letzte, ne? Okay, gut. Wir haben es geschafft. Hier kann ich reingüxeln. Was ist denn da? Nichts mehr. Da waren wir, ja? Boah, ich bin echt überfragt, wo wir hin sollen, ne? Also, ich habe echt keine Ahnung. Was geht's mal? Ich meine, wir gehen jetzt einfach mal in jeden Raum. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Oh, ich wusste es. Komm her, komm her, komm her. Ja. Alter, what? Alter, was für eine Scheiße das hier ist. Das ist, der Raum ist so extrem eng. Komm, 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 komm. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn am Haken. Und zack. Du gehst zu Mami. Gut. Eliminiert. Weiter geht's. Oh, jetzt sind wir hier. Naja, es war klar, hier sind noch mehr Gegner. Das ist eine Show für mich. Von diesem hässlichen Spaß. Und seinen 500 Freunden. Och, nee. Ja, okay, ich habe schon mal zwei am Häkchen. Komm her, komm her, komm her. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. So, ich weiß nicht, wo der andere Asoziale ist. So, wo ist der Asoziale? Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Also, heute wird echt viel gefeiert, du. So, wo ist der Chef? Ah, hinter mir, ne? Ja, ja, ich habe ihn gesehen, den dreckigen. Leih hier, du. Ich mache Pekse aus dir. Erlebt doch. Ja, aber nicht mehr lang. Tschüss. So. Ich würde auch sagen, wir sehen das nächste Mal, wie es weitergeht. Lasst gerne einen Like da, wenn euch der Part gefallen hat. Und tschau. Oh. 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 Oh.